Und somit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge DayZ. Wir waren heute mit der Crew auf der Map Esseka unterwegs. Bevor das Abenteuer aber losgeht nochmal vielen vielen Dank an alle Leute, die diesem Video einen Daumen nach oben gegeben haben. Alleine die letzten Videos haben teilweise 700 oder 800 Daumen nach oben Leute. Ziemlich krasse Support von eurer Seite, vielen lieben Dank. Dank euch sind auch viele neue Zuschauer dazugestoßen, auch an euch natürlich ein herzliches Willkommen. Aber ich würde jetzt langsam mal sagen, ab ins Video. Richtig, du ein Police war das, oder? Würde ich auch sagen, ja. Gegen tote Zombies auf der Straße. Ganz so ein Startlinfoil. Altert. Du bist das Waffengeballer hier. Glaube ich hinter der Police in dem Wald hier oben. Okay. Also ich habe halt keinen Scope, ne? Ich muss ein bisschen näher ran. Habe den Stein besser gesagt. Ich weiß nicht, ob man das Wald nennen kann. Okay, warte, warte. Es ist aber ein einzelnes Haus oben auf dem Hill. Ah, ich sehe dich. Laufst du auf der Straße hoch? Ja, genau. Ich laufe gerade in dem Hill hoch. Ja, okay, gut. Habe dich gesehen. Meinst du, der aimt hier runter auf die Stadt und killt Bambis, oder was? Kann gut sein. Maybe. Guck mal auch mal hoch. Ah, ich sehe den da. Wo, wo ist er? Im Haus? Der ist hinter dem Hill am letzten Haus von der Stadt. Auf welcher Seite? Auf der linken. Auf eurer, oder was? Auf der linken Seite. Der rennt jetzt wieder Richtung Borosch rein. Mhm. Ähm, der hat einen lilanen Rucksack. Oh! Ich habe betroffen. Oh, Alter. Ich sehe ihn nicht mehr. Der ist bestimmt tot. Mindestens an Kansch ist. Äh, aber laut Soundquill ist das bei mir ganz woanders. Der ist wieder am Leben. Der war nur bewusstlos bestimmt. Ich sehe ihn leider nicht. Der sitzt vorne in dem Busch, links neben der Blockhütte. Ich, 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 folg dir mal. Ich sehe ihn leider nicht. Ich leider auch nicht, sorry. Bei, bei der Blockhütte, vor uns. Ah, das hier? Ja, links in dem Busch. In dem Busch hier? Ja, wo du drauf zu rennst. Nee, oder? Da habe ich ihn killed. Entweder liegt er da drinne, oder... Ich meine... Nicht da was? Nein. Okay, dann ist er abgehauen. Nach hinten. Muss er in der Hütte sein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Boah, sehr gut. Oh mein Gott. Alter, du hast recht gehabt. Dass er wieder diesen Schuss überlebt hat. Bisschen erschrocken gerade. Boah, da ist ein bisschen Stuff dabei, Jungs. Gönnt euch. Ja, looter du, ich deck dich erst mal. Was, looter du? Vielleicht kein Platz mehr, Mann. Da kommt jemand auf euch zugelaufen. Ah, fuck, wo? Ähm, hinter euch im Wald. Okay. Weißes Shirt. Ja. Machst du das, Donnie? Ja, ich schieße auf ihn. Okay, ich sehe ihn halt gar nicht. Weißes Shirt, wisst du eigentlich? Hab ihn. Oh, nice, Mann, nice. Okay, können wir jetzt weiter looten? Also, warst du noch nicht fertig? Nee, ich hab aufgehört. Hab ich dir mal gesagt, dass einer kommt näher. Ja, ja, hinter euch, oder? Oben an dem Haus, oben am Hill, ist ein Bambi. Okay. Der kommt hier runter. Nicht, dass es der ist, ne? Der ist auch nicht komplett hier entschärft, der Typ. Ich weiß nicht, der rennt auch zickzack. Der hat mich gesehen. Komm direkt auf mich zu. Ich bin rechts von euch, sonst, ne? Hab den jetzt angeschossen? Ja, es ist bestimmt der, den wir gerade gekillt haben. Der hat einen guten Spawn gehabt. Der hebt die Hand. Der ist, glaube ich, friendly. Achso, okay, dann entscheide du. Jetzt hat ich mit dem Mittelfinger. Ja, dann schieß ihn. Ja, ist schon passiert. Na gut. Ich hab alles. Die Glock lass ich da, oder? Was ist hier wieder los, Alter, in der Stadt? Junge, Junge. Der hat SKS-Schuss. Oh, hab ich die liegen lassen? Oder, ich glaube, die ist verbuggt. Ja, ich bin da, ich bin da. Ein Schuss, oder was? Ja. Ja, na, ich hab die, das waren 12 Schuss. Ich hab das gesplittet. Ich hab das hier auf den Boden gelegt. Ja, passt. Ich hab eh genug, Sven. Ja, aber, na gut. Ja, gut. Ich steck's trotzdem mal ein. Okay. Am Hill bin ich? Am Hill bist du. Ich bin am Hill und unten drunter im Haus, da war gerade einer drin. Aber der hat auch ne pinke Maske. Das bist nicht du. Ey, das bist doch nicht du. Bist du das vor mir? Nee, nee, das ist der. Doch nie. Ich hab, wir haben rote Armbänder, Mann. Ja, genau. Ich komm hoch mit SKS. Hau den weg. Ja, probier ich. Rein, weg. Okay. Ja, der aimt auf uns. Irgendwas macht er da oben. Wer schießt? Ich hab geschossen. Ich check wieder gar nichts mehr, ne? Der ist über mir. Hat einen Hit mit einer, äh, CR. Der aimt auf mich. Luzi, du musst. Ich seh ihn nicht, Bruder. Ich hab ihn, glaub ich. Ankannen oder tot? Ah, ich hab auch noch einen. Bei mir. Sorry. Okay. Luzi, der liegt hier. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte erst du bist gerade umgefallen. Okay. Die Repeater save ich, ne? Achso, hast du schon. Gut. Ja, ich hab's, äh, ich entsichere die auch. Ja, perfekt. Und schmeiß die am besten weg. Ja. Gut gemacht, Jungs. Hier sehen sie natürlich wieder einen. Äh, da rennt hoch, ähm. Richtung Hill. Ja, über den Hill, wo ihr vorhin wart. Oh mein Gott, schon wieder. So hochgerannt. Pass auf, Luzi. Bin bereit, bin bereit. Hier vor uns. Ja. Abin, ne, er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Beide gebrauchen, wo? Ich komm hier hoch. Hä? Der hat doch beide gebrauchen gehabt, oder? Oh Gott, der hat ne Shotgun. Das bin ich. Hä? Okay. Ich bin jetzt hier. Wo ist der andere? Sven, wo ist der hin? Hä? Der ist doch zu Boden gegangen. Safe, oder? Jungs? Hä? Ja, hier im Stein muss der irgendwo sein. Wir sind hier vorne am Stein, aber what the fuck? Hier war das doch, oder? Der ist doch zu Boden gegangen, dachte ich. Ne, ne, ich hab den getroffen, der ist nur weitergelaufen. Oh, ganz normal, ne? Das sah aus, als hätte der Beine gebrochen. Hello, Sir. Hä? Jungs, what the fuck? Oh mein Gott, das ist absolut verwirrend. Das ist aber doof, ne? Ich hab einen großen Backpack aufgehabt. Ja, doof ist er noch. Milder ausgedrückt. Ja, dicker Backpack, ne? Ja, ja, dicker Backpack. Tarnfarben. Ist er durch die Steine geglitscht, oder was ist das? Hey, das kann doch nicht sein. Ich glaub, ich weiß, wenn ich sich... Ich glaub, der ist tot, aber der ist irgendwie weggeglitscht, ne? Das ist aber jetzt unangenehm. Also, das sah wirklich von meiner Sicht aus, als wäre der zu Boden gegangen. Das kann nicht sein. Hinter mir. Ich greife ihn nicht, der messert mich. Wir kommen, wir kommen. Ja. Hab ihn. Danke. Oh, ich hab absolut veraimt. Ja, hier ist ein Schuss eingeschlagen, oder? Ja, hier ist ein Schuss. Donnie, oder? Nein, nein. Das war woanders, da her. Oh, dicker, wie viele Leute gibt's denn hier? Wie... Also, das kann auch kein Querschläger gewesen sein, nehm ich mal an. Also, wär das ein heftiger Querschläger gewesen. Der heftigste Querschläger, Sven. Der möchte... Der heftigste. ...vor uns gewesen sein, ne? Oh, ne Weste. Ja, aber hast du auch gesehen, Donnie? Ja, ja, hab ich auch gesehen. Der heftigste Querschläger. Habt ihr den geloadet eigentlich eben? Ja. Ich bin da, ich hab aber kein rotes Shirt, das ist der Typ. Hört den. Ja, warte, muss erstmal herkommen. Oh, oh, was macht der, er atmet? Äh, da oben sind unsere Leichen. Voll mit der Staff. Wer schießt? Ich. Zwei Leute gekriegt. Hab ihn, hab ihn. Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Zwei Leute, Z. Hier, Freunde, Sven, ist zurück. Wir haben in-game gerade geredet. Ja, der hat sich übelst angeschrien. He saw me, he saw me. Wie hat er irgendwie gesagt. Wieso, jo, 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 jo. Okay, jetzt noch auf Donnie warten, dann sollten wir vielleicht abhauen hier. Ja. Wäre das eine Option? Wie gesagt, ich glaube, das kam da auf der Seite, wo der Wasserfall ist. Da irgendwo her. Ich kann halt nichts machen, Donnie, ich hab keinen Scope. Wo muss ich hin, Sven? Oben im Wald liegt, glaube ich, was am Baum. Der ist, nee, das ist eine Wurzel. Glaube ich. Ja, aber oben im Wald ist was, ja. Eine Payday-Maske auf. Ja, seid ihr wieder wach? Ich bin, ne? Halt! Oh! Ihm kill? Ja. Oh, Mann, Donnie. Ich bin oben im Wald, Sven, mit orangenes Armband. Ja, Donnie liegt tot vor dir. Ja. Da muss irgendwo einer mit einer Payday-Maske sein. Payday, ja, Payday, Payday. Ja, Payday-Maske, ja. Oh, tut mir leid, Donnie, du hättest ja sagen können, dass du bewusstlos bist. Hab ich doch. Alter, hab ich gehört, Mann. Da oben sind noch zwei, Sven. Okay, da sind das die beiden aus dem Team. Ja. Lass dich ein bisschen zurückfallen. Ich bin ein One-Shot-Fehmer, an Cancius. One-Shot an Cancius nur, ne? Wenn ich aufstehe, könnte ich vielleicht noch einen holen. Weiße, ich hätte seine Mate gerade killen können, aber ich hab's nicht geschafft. Ich hab verkackt. Oh, mein Gott, das ist Game. Hilfe. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh Gott, das ist ein Game. Er hat sie mit... Hallo, du bist... Ja! Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, sehr schön. Ja, voll. Safety-Waffe. Ich bin unterwegs. War schon mal leid, Donny? Ja. Gott, ich hasse die Pumpgun. Let's go. Ah, das ist nur eine Waffe, Donny? Ja, eine Pistole. Aber ich hab genug Munition in meinem Inventar gehabt. Ja, ich savede die auch. Oh mein Gott. Ey, die sind full, Sven. Oh mein Gott. Wenn ich dich finden würde. Ja, full war mal vorhin. Puh, die sind full, die sind full. Die sind full. Was ist das für eine Runde, Alter? Ja, geil, ey. Ist hier was drin noch? Repeater schmeiß ich weg, ne? Ne, ne, warum? Ähm, nee. Ah, nein. Jetzt hab ich die schon runter. Ey. Hast du den Hang runtergeworfen? Ja, jetzt hab ich den Hang runtergeworfen. Das war Reflex, tut mir leid. Er gönnt mir keine Waffe, ey. Ja, ich wollte nicht, dass die Gegner zurückkommen, weißt du? Ja, jetzt wirfst du die Gegner. Bist du das hier vor mir? Ich bin noch nicht da, ne? Das hier? Das bin ich, das bin ich, ja, ja. Okay, ja, ich hab alles gegraut bei mir, okay. Ah, lass ihn mal kurz ein bisschen verstecken, ey. Nach diesem Chaos sind wir dann weitergezogen zur nächsten Stadt und sind dann natürlich direkt auf folgende Situation gestoßen. Komm, Donnie. Scheiße. Ich muss mich kurz verblinden. Okay, ich seh das Hobbithaus, wo ist der? Ich weiß es nicht, war er hinter mir. Rennst du mit Zombies? Ne. Okay, er ist im Hobbithaus noch. Im Hobbithaus? Unten, unten, am Zaun. Ach, da schießt nur einer, ne? Oh, bist du auf Straße, ne? Ich bin hier, ne, Backstein bin ich, Backstein. Backstein, ich seh dich, ich bin da über dir. Hast du gerade geschossen? Nein. Auf deiner Richtung war einer. Oh, bitte nicht. Ja, doch. Irgendwie schon. Oh mein Gott, diese Zombies, Alter. Ja, am Flugzeug, am Flugzeug. Oh mein Gott, okay. Digga, die Zombies. Wo am Flugzeug? Am Heck. Headshot, hab ihn. Ja, gut, gut. Ich hab auch daraufhin geschlossen. Nice. Einer noch, ne? Am Dingshaus. Am Backhaus, am grünen. Nein, ich bin da oben. Von wo, von wo? Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, ich habe ihn, ich bin nicht sicher. Er ist oben am Hochhaus. Ja, scheiße, Mann. Ja. Da ist auch noch einer drin. Als ob das nicht drauf war. Das war nicht drauf, ich glaube es nicht. Dann ist es irgendein, schaffst du meine Leiche. Ich habe die SCAR und habe Munition dafür jetzt. Ich muss leider ein bisschen ausweichen von den Zombies. Oh nein, ich sterbe wegen den Zombies. Oh mein Gott, das ist so dumm gerade. Oh, das Game. Oh Mann. Stonny. Ja, ich auch. In den Pullis? Oh fuck. Komm mit, komm mit. Ich weiß, ich bin ohne Wasser. Komm mit. Okay, ich folge jemanden. Ja, kennt mich. Das ist ein Zuschauer. Ja, was das denn bitte, dass du das einfach bist. Ich dachte so, Alter, deine Stimme erkenne ich doch sofort. Ich dachte schon, ich habe gleich eine Kugel in der Bärme. Ja, auch die Straße. Oh shit. Das ist von dem Typen gerade. Das ist irgendwie ein Inder oder so. Man versteht das super schlecht. Wer schießt da? Hello. Oh scheiße. Hello. Es ist mein Mate, es ist mein Mate, es ist mein Mate. Okay. Wer wäre jetzt? Der Gerät es hat gerade. Wollen wir den pushen kurz zu dritt? Hallo, hallo, hallo. Hi. Ja, warte. Ich habe tatsächlich meinen besten Kumpel auch eigentlich mit im Spiel. Aber der weiß, glaube ich, gerade noch nicht so richtig, wo er ist. Warte mal. Das ist Borosch hier, ne? Achso. Oh, weißt du. Okay, er ist auf jeden Fall auf dem Weg hierher. Ja, das ist die Stadt Borosch. Genau. Oh shit. Was war das jetzt wieder? Wer war das? Ich nicht. Also wir sind nur zu zweit. Es sind auch einfach so viele Leute. Das ist echt richtig krass. Ja, ich bin auch zu zweit. Also, ich bin auch zu zweit. Das war's klar. Scheiße, ich bin halt immer noch rot am Bluten. Das ist halt mega kacke. Sonst gehe ich vor, wenn du magst. Ja, freut mich. Willst du jemanden grüßen sonst? Ach, du nimmst das gerade auf? Vielleicht. Okay. Je nachdem, was passiert noch. Nee, grüßen muss ich jetzt nicht. Vielleicht was Gutes, ne? Ja, geil. Grüße genau ausendlich, man. Geil. Ich bin nur mit Nico. Ah, moin, moin. Wo ist der Gegner? In der Police. Was hast du? Der Gegner ist in der Police. I see two guys, oder? Ich denke, ich glaube, es waren zwei, ne? Die da lagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er meinen Kumpel schnappt. Deswegen lag der da auf der Treppe. Dieser Inder, der hier war, den haben wir auch kennengelernt. Den haben wir auch schon kennengelernt, ja. Der wollte sich am Lauf mal Richtung nach hinten von der Police. Ja, ich geh mal in den Police rein, komm. Ich geh hinten rein. Warte kurz, bitte. Das ist ne Frau hier drin. Gut oder schlecht. Watch it. Hello, friendly. No, not at all. Go away. Why are you, man? Warst du toxisch? Ich bin unten. Ja, ich bin auch das. Hello, guys. Ich spreche hier doch sehr gut Deutsch. Du kannst Deutsch sprechen. Ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche. Cool. Friendly? Okay. Oh, shit. Außer Friendly. Hoppla. Beide liegt daneben. Wer ist tot? Wer ist tot? Sie hat einen Headshot gefasert. Hast du einen gekillt? Ja, ja. Komm rein, komm rein. Wir sind unten. Bist du das hier, Donnie? Ja. Habt ihr die, oder nicht? Einer ist... Ja, einer ist dead. Wie hast du den gekriegt? Ah ja, erschossen halt, ne? Mit was für ne Waffe? Du hast nichts in der Hand. Revolver? Nein. Doch. Du hast bei mir nichts in der Hand. Einer ist tot anscheinend, ja. Die wollen nicht friendly sein. Darum lass hochgehen. Aber warte mal, der blutet noch. Äh, wait, wait. You're bleeding. Police, äh, macht Pistolen, Muni. Auf dem Boden liegt er, ne? Wo genau? On the ground. On the ground. Wollen wir einfach hochrennen? Drei, zwei, eins. Warte mal. Oh, fuck, there's three of them. Oh no. Und, hat's geklappt? Weiß ich noch nicht. Oh god, four. Come on. Scheiße, eines da noch. Nice. Blöde Ziege. Das hat, das hat, ich distanziert mich von diesen Aussagen. Oh, nicht getroffen. Noch? Danke. Mein Kumpel. Oh, Lucy. Ja, ihr, ihr hab ich in den Kopf geschossen. Mein Kumpel kommt nur hoch. Hello Friendly, ist hier noch jemand? Ah, ne, doch nicht. Sorry, hab ich falsch verstanden. Der andere hat gelben Helm aufgehabt. Hier muss noch einer sein, pass auf. Hier ist noch einer, Achtung. Ja. Bist du sicher? Oben, Alter! Wo ist sie? Wo ist sie denn? Oh, Gott! Die mit dem gelben Rucksack, Mann! Haha! Wow! Legende, Alter. Ja, das war aber schon mal gut. Wer haben sie, Donny? Nice. Ich bin so viel zu kommen. Bei mir ist alles schwarz-weiß. Ich hab auch schon seit einer halben Stunde rot. Witz. Oh, Mann, 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 Mann. Das war gut. Das war gut, Mann, echt. Lass mal reingehen und saven. Danke, danke. Ich hab auch Muni für dich, wenn du die BK nimmst. Lass mal den letzten Raum noch saven, oder? Okay, nice, ey. Echt gut gemacht. Holy shit. Wollen wir ganz kurz hier warten? Ja, Mann, machen wir das am besten. Wo bist du dann? Oh, mein Gott, hello. Oh, mein Name ist Marie Antoinette. Marie Antoinette. Ah, mein Name ist Jean-Luc. Je m'appelle Lucy. Hey, Marie. Ja, ça va très bien. Ich lebe hier mal alle Waffen und so. Ich bin gleich da. Ja, bitte. Das ist die, die hier oben lagen. Are you guys friendly? Ah, du kannst doch... Du kannst doch Deutsch, oder? Pardon? Ah, ja, ja, pardon, pardon. Friendly? More French. Friendly? Das ist die wieder, ne? Ah, das ist die wieder, ne? Ah, du hast mich, Mann. Ja, das ist mir. Ja, wir kommen zurück. Ja. So, warum bist du nicht friendly? So, wir können team up. Well, I had a friend upstairs that was very hurt and people hasn't been very friendly to me and to us so we thought, you know, let's get in the right type of level and, you know, let's be evil like the rest. I know, I know, I know, I know, but we are the good guys. Yeah, but I had to protect my, 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 my lady. Yeah, but, you must, you can trust us, man, you know. But everybody makes an ego. No, not, no, we are very friendly. Normally I am too. Friendly. We must mal runtergehen, ne? Okay. Lady? Bleibt safe, ich bin fast ein Boros. We, look, we going out now? Warte, die sind alle vor der Station, Lucy. Oh, really? Mein Kumpel sagt, das sind einfach, keine Ahnung, tiefenfleutig. It's Baby. Openly don't go. Ah, Baby, komm, komm mal. Yo. Openly don't go. Baby ist auch wieder da, mate. Baby. I'm back. Hey. Lasst gehen, oder? Hallo, Babuska. Hallo. Warte mal kurz. Hallo. Hey, schon die Police. Digga, es ist das absolute Mega-Chaos. Ich weiß gar nicht, wer hier wäre, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Revolver auf der Treppe. Ja, das ist meiner wahrscheinlich. Hallo. Den hatte ich. Hallo. Was geht hier ab, bitte? Yo, Lady. Draußen. Die gehört nicht zu uns. Wir gehen weg, okay? Und du kannst... Ich habe... Ich habe... Du kannst die Polizei looten, okay? Ah, Lady. Ja. Danke schön. Hallo. Gerne. Wir sind wirklich... Wir sind sehr, sehr freundlich. Ja. Ja, das ist mir. Hallo, Leute. Oh, Donnie. Nehm die... Der Treppe ist noch ein Volver. Hallo. 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 Bist du das hier vor mir? Nee, ich komme jetzt raus gerade. Ich... Ich komme jetzt hier. Ah, da bist du ja. Komm hier in den Wald ein bisschen. Hallo, Wolver. Dann gebe ich die bisschen stuff und wir gehen weiter. Alter, Junge, Junge. Katie! Katie! Das ist mein Freund. Woooo. Hi, wie ist es? Ich weiß nicht, aber hey, Katie. Wooo. Hi. Ich habe dein Leben. Shiny. Das eskalierte schnell in der Polizei. Ja, das war ein Schicksal, nicht wahr? Haha, ich bin ziemlich talentiert mit einem fucking Revolver. Du musst es mir geben. Du musst es mir geben. Haha, shit. Ach, war sie auch da drin? Ja, die war auch da drin. Ah, mein Revolver. Ach so. Das ist ja los, Alter. Kann das sein, dass ihr einfach die einzigen Leute sind, die auf dem Server sind? Oder ich habe... Nee, nee. Das ist schon... ...schon full full hier. Ich glaube, die Majority of those. Ah, okay. Ich glaube, die Majority der Leute sind auf dem Server ist mir. Aber ich habe mega vier Uhr. Miam, 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 miam. Ja, gerne. Pew, 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 pew. Katie, are you friendly now? Ja, I'm friendly now. New life. New, new dawn, new day. Ah, okay, okay. It's a new door, it's a new day. Haha. Oh Gott, wir sind zu sterben, Donny. New life. Äh, ja. Wer warst du nochmal? Äh, der mit dem... Oh, warte mal. Ja, ich habe keine Kappe auf. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Ich bin die schwarzhaarige Frau mit dem... Pew, 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 pew. ...lila Rucksack. Ah, hinter mir. Okay, lila Rucksack und gelb Rucksack, wirst du dir merken. Perfekt. Alles andere. To no regret is the next session. Nice. Uh, lovely. Do you know this map? Yeah. Ah, yes sir. Ah. Wieso ist das? Sind wir jetzt alle friendly eigentlich? I just looted all this. We don't need to. Oh man, alter. Das Game, ne? ...more than having sex in the kitchen. Hahaha, sounds good for me. Okay. I thought I was the only one being weird and teaching people that, but in DayZ I learned that a lot of people, a lot of Dutchies like that. That's the first thing they learned. Yeah. Yeah, but cool man. Cool, cool. Niederlande. Yeah. Drei Wochen hin war ich in... ...deutschland. Ah. In der deutsche Land. Ah. Ich war in der Stadt Kiel und ich bin zur Trier gewesen und ähm, Koblenzg, Dremachen. Hoho. Cool. Und dann zurück in die Niederlande. Und dann zurück in die Niederlande. Und dann wieder zurück in die Niederlande. Ja. Hahaha. So cool. Und du, Kerti? Woher du bist? UK? Oh, nice. Oh, hey. A ram? Oh, hey. Oh, hey. Haha. Oh, don't hit me. I deserve a punch. Haha. Haha. What the fuck. Das ist wieder was jetzt. Guys, do you need water? There is a... There is a well. There is a well. There is a well. Yeah. There is a well. Listen Grandpa. Oh, hey. Gott, das geht denn jetzt ab. Jetzt wird's aber wild, Donnie. Fats. Ist das ja... Wenn wir schwachen nach Genobi? Oh, Junge. Sorry, Luzi. Wollt ihr dein Essen nicht wegnehmen? Warte, das klingt auch hier echt Niederlande. Oh, Junge. Aus der Niederlande? No, no, no. We would say it exactly the same way. Oh, Junge. Ah, Junge? No. Ah, Junge? Eh. Hello. Are you good? Are you good or are you better? Pretty bad. Pretty bad. Almost 50 hours in the end. Oh, no. Kid name. Oh, that's a lot. Kid name, Luzi. No. You have to sleep, man. Just order. You can't stay so long in this game. No. You're dying. You're dying. Oh. Oh. From Norway. Skull, my friend. Skull. I don't speak Norway. Where's the booze? Yeah, cheers. Cheers, my friend. Where's the booze? For the gods, my friend. You too, my friend. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay, thank you. Oh. Oh. You really want to explode like Tamins face. I know you died. Junge. What is this for a round? What's that? No, 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 no. Wait, what? Wait, what now? Wait, what? Did you say something about my titties? No. No. No, I said something about titties. What the fuck? Okay. Okay. I did. Oh, my mind is German. Not in English. I'm English. It ain't funny. Oh, okay. Yeah. My German teacher taught me that, though. Oh, it's disgraceful. No, she was funny as fuck, though. Do you know each other in real life? Well, we met in Esseka, but now we do. Yeah, we made friends because of Esseka. Today, or? Yeah. No, we met at, um... We met in Amsterdam. Oh, sick, okay. And we met up in Amsterdam. Yep. Very cool. Went up in the... In the hierarchy very vast. But we're gonna need some food, so we shoot by going to Novi. I have food. Enough? Do you wanna go straight to, um, to the military? Because it's not far, though. We could do that. We could do that. We could do that. What is it, Caddy? What do you see? I thought it was for a player by the kiosk, but maybe I was wrong. Maybe it was a zombie. Maybe it was a zombie. Okay, check out the city. Maybe the five guys are still there. So, Dune. There, where... There, where you thought it was, there was one on. Pick up the staff. Oh, shit. I can't pick up the rest. Pick it up. Donny, where are you? You're all alone. Yeah, yeah, I know. Still there. What are we gonna do? We're gonna charge? Oh, god. Donny, where? 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 Where's the room? Where's the room? Where's the room? I hit him. Where are you? I hit him. On the fire station? In the building, right. There's a person there. There's one on the roof. Which room, darling? Shit. Wait. Müsste eigentlich einen Hit bekommen haben von mir. Okay. Ja, er verbindet sich auf dem Dach. Weiße, wie komm ich jetzt hoch? Aus diesem weißen, ne? Ja, ja. Ja. Yo, auf dem Roof, auf dem weißen Bild. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, okay, okay. Er bliebt, er bliebt. Mein Freund hat ihn. Ich weiß, ich habe ihn einmal. Ah, du hast ihn? Okay. Da ist ein Bild vor uns. Ja, ja. Der erste. Wir sind da, Don. Wo bist du? Drinnen, ja? Ja, ich bin außen jetzt. Versuche, eine gute Pose zu kriegen, um den Sack zu knallen. Ja, wie... Zombie-Kabel. Meinen, dieses Building jetzt, oder was? Das war, oder wie? Ja, ja, das. Hier drin anscheinend, ja? Yo, mate! Hallo! Hallo! Are you friendly? Come out, man! Oh Gott, hier hätten einen Uppercut. Ich sehe es kommen. Oh, nee! One-Shot! Hallo? Okay, es sind überall Leichen. Okay. War das die Lady? Nee, ne? Pink ist... Äh... Nee. Ich glaube nicht. Sicher? Nicht safe. Nee, sorry. Oh, oh. Ich glaube, die sind tot. Ich glaube, die sind alle tot, ne? Hier sind noch mehr Leichen. Hallo, Katie? Oh! Babushka! I come in, I come in! It's me, it's me! Oh, shit! Oh, you're a broken leg! Yeah, dude. I got launched from the ladder. Oh, shit! I was one shot from this guy, man. I was trying to get... So sorry. Here. Here, here, here. Hab sie gefunden? Very good. Thank you, man. Where is, uh... Katie? Katie died. Oh, oh, no! Do we have some ammo for this one, too? I can give this to my mate, then. Thanks. Uh, this guy is... is in the building. Yeah, Katie said... like... she got shot by an invisible man. Oh, no. Really? Yeah, she saw... she thinks she thinks he's sus. Okay, my mate is in the town too, he will coming to the police, okay? I see it already, apparently. But you can't jump, right? Uh, no. Go through the building. Yeah. There are zombies inside. Oh! What the fuck?! It's me! Oh! Maybe you're right. Where did he shoot you? From... Where did he shoot you? From the last, um... From the high, you know? Yeah, yeah, yeah. And... Oh! Und das war's leider hier mit diesem traurigen Ende hier nochmal gestorben am Ende. Und dann nicht mehr wieder gefunden, hier auf der Map Essecar. Ich hoffe, das Abenteuer hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da Freunde und ein kostenloses Abonnement. Denn, äh, ja, dann verpasst ihr nichts mehr, ne? Ja, die Aufnahmen sind alle im Stream entstanden Leute auf meinem Livestream-Kanal auf Twitch. Schaut gerne vorbei, Link in der Beschreibung. Ansonsten habe ich noch einen zweiten Kanal auf YouTube, falls euch langweilig ist. Schaut da auch gerne vorbei, Link in der Beschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Video, meine Freunde, oder zum nächsten Livestream. Euer Lucien, ciao.